ja willkommen mein namen ist dann ihre wie uns begrüße euch zurück zu valkyria chronicles ja in der letzten folge haben wir unseren ersten sieg eingefahren von squad 7 ja und ich würde sagen die operation ist ja noch nicht ganz vorbei deswegen machen wir einfach story mäßig weiter für euch irgendwelche zeit verliere weil das spiel geht doch schon ein bisschen träge von sich mit so viel text und so wenig action würde ich mal sagen dann müssen wir aber irgendwas erreichen pro part und zwar so viele sachen noch freigeschaltet aber ja wir müssen die brücke überquellen und das kann bei wir sollen einfach so die brücke durchqueren mehr oder weniger einfach opfern und als kanonenfutter ausliefern weil die brücke einfach so zu durchqueren ist ja irgendwie selbst wort weil das werden die natürlich verteidigen was kann man dagegen wohl tun da tut mir leid wenn ich hier hin und wieder mal meine meinung reinwerfen während den gesprächen aber sonst komme ich irgendwie gar nicht dazu irgendwas zu sagen weil so oft wie gequassert wird da kann ich nicht die ganze zeit die klappe halten weiter was die probleme in squad 7 genau wenn sich wenn sie sich als ärger bezeichnen dann wird das schon irgendwie rund gehen nein nein weil kann das nennt man streit wenn sich leute sagen dass sie sich leiden können dann ist das schlecht und bringt sie nicht zu sagen was ist denn los in squad 7 welkins brust keine ahnung cutscene geniale überleitung da sind wohl unsere problemkinder nur rassistin unsere kriegsveteranen ladies and gentlemen so nah ni 僕の指揮が不安なら かけをしよう 僕は 48時間以内に バーゼル教を奪還してみせる もしも僕の作戦が失敗したら 隊長を辞任しよう その代わり 作戦が成功したら 日後は僕の指示をきちんと聞いてくれるから な consider 私は今の指示を遭似したら 私は今の言語は 今の言語は いちろん ちょっと ちょっと minger sind er gesunde sich angucken müssen aber machen können kann man kann man machen muss man aber nicht in meinem fall doch muss man so entweder wir nehmen jetzt die brücke 1 8 40 stunden oder das spiel ist verdammt schnell zu ende aussieht sich von welken ganzer deswegen hoffe ich er hat einen guten plan jetzt ich weiß was in dieser szene vorkommen verdammt rückblicken betrachtet hätte ich erst was später danach kommt abspielen müssen und dann das weil das wäre dann jetzt wird die war schon irgendwie versaut aber egal ich habe ja so ich habe mich nicht ich habe das ich habe es helfen ich habe es nicht ich bin Ah, wird schon irgendwie klappen. Oh, was? Ah, die Überraschung wird nicht verdorben, gut. Oder vielleicht doch. Ne, doch nicht. Was hat er wohl geplant? Das sehen wir in der nächsten Folge. Nein. The Crossing. Alles klar. Sehen wir jetzt schon mal was passiert, oder? No loading. Schon mal epische Musik. Was passiert jetzt? Okay, das hätte immer so oder so hören müssen, deswegen. Wir werden nicht die Brücke überqueren. Sondern den Fluss. Der Nebel wird uns zahlen, wir werden einen Überraschungsangriff starten. Nein. Denkst du einfach, das ist jetzt ein Spielmann? Ja. 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 Wir werden also durch den Fluss tauchen, warum nicht? Er ist ja gut. Ja. Ja. Du hast die Gras gesehen. Was? Er ist das? Na ja. Wo? Es ist ein Gekum. Es ist ein K雨. Wir werden hier ein wilder Pläne durch den Fluss von Uhlen aus der Kisui. Wenn du es geplant auf der Fluss tauchen. Ich weiß, es war ja das, wenn du die Fluss tauchen lautet. das gras allmächtiges gras womit wir unter wasser sehen können genau wir haben auch nicht edelweiß wird den fluss überqueren und fußsoldaten aus dem weg räumen mit einer flairpistole wenn wir ein signal auf senden mit wir mit boden darüber folgen wir sehen uns auf der anderen seite luschen drauf geben das gehört was was surprise motherfucker das klar du willst dass die fußsoldaten erledigen okay meinetwegen neue episode wo den zugeführt der kampf um die brücke ja darum kümmern wir uns aber im nächsten part let's play volker chronicles oder kann ich irgendwie zum dinge ich kann auch hier jetzt bei den gehen aber dann machen wir irgendwann einmal da muss jetzt noch nicht ja dann würde ich sagen wir sehen zum nächsten part von valkyrie chronicles das habe ich glaube ich kann schon gesagt bis zum nächsten mal tschüss